Ein Geldstück Hallo, hier ist der Treiber Ich wollte mal zeigen Wie man das Fließensieb sauber macht an der Waschmaschine, weil das habe ich schon so oft gehört meine Waschmaschine pumpt nicht mehr ab, das liegt oft am Fließensieb weil das verstopft ist und man kann die Pumpe nicht mehr ziehen Ja, dann zeige ich mal wie ich das so mache Alles klar, dann legen wir mal los So, das ist die Waschmaschine die ist ganz unten am Boden entlang da ist entweder eine runde Klappe oder das kann, glaube ich, auch auf der anderen Seite sein müsst ihr gucken, wo das ist ist auch direkt ersichtlich weil bei uns ist hier so eine Klappe weil, wenn man das nicht regelmäßig sauber macht und nur deswegen die Pumpe nicht abpumpt, dann hat man Malheur dann bleibt nämlich die Waschmaschine voll Wasser das hat das jetzt bestimmt auch schon ein Jahr nicht mehr gemacht das ist ganz einfach mal gucken, was da für Schätze drin sind hier ist drehen ein bisschen Wasser raus wie man sieht aber kann nicht viel sein so ein Geldstück so sonst wäre es durch die Pumpe gegangen ein Schatz gefunden ganz schön 10 Cent und und was hier hinten sieht das sieht aus wie eine Turbine das ist die Pumpe und wenn das dicht ist dann kann die nicht mehr abpumpen so so das hier noch mit Wasser sauber machen schöne Dichtung und dann wieder rein drehen so mehr ist das nicht Klappe zu fertig ich mache das so jedes Jahr mal das Motor eingefallen könnte man ja mal machen gut alles klar bis dann euer Treiber